Musik 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 Ich finde es jetzt fehlt, damit es einen Dampftraktur Langsam, langsam Die historische Kein und kein historische Gebübe Berndorf, Stefan Schöller-Springer, und da haben wir die Engel schon. Ich möchte schon ein bisschen winken zu den Leuten, wisst ihr es eh. Da haben wir noch das alte Schutzengel, das Steier Christkindl, und hinten zwischen Baden, Ernst Höger, das neue Schutzengel, das neue Tristinktaler Schutzengel. So, das hält euch nicht mehr auf, denn wir sind schon fünf Minuten später. So, unser Kaiser, und hier ganz stolz, Kameradschaftsbund mit der Kaiserfahne. 1918 gewidmet. Da haben wir noch die Schnalzergruppe Enzian. Hier wieder die Historie, der Carmen Jähtler, Stefanie Birkfebner, Joe Miedl, das erste Mal dabei, der Heinz Rotensteiner. Und da haben wir die Engel schon. Da ganz stolz, dass ich mir jetzt schön die Käserfahne. Und die Schnalzergruppe. Die Käserfahne da am Schutzengeltiertag. Das ist die Alpenmark da vorne. Kameraden aus Oldenburg. Da bin ich ja auch dabei. Und heute bin ich fümmere Städte. Da bin ich ja auch dabei. Und wie geht es jetzt in Berndorf im historischen Gewand? Ja, schön, oder? Vor einem ehrmütigen Kaiser-Franz-Josef-Theater kamen. Es ist super, es ist eine unglaubliche Stimmung, wahnsinnig viel los. Ja, und die Maschinen, wir gehen ganz würdevoll heute. Die ganzen Gewandl machen eigentlich, die Wänder machen eigentlich den Theater alle Ehre oder umkehrt, gell? Ja, unbedingt, unbedingt, wie zu historischen Zeiten. Schön schaut's aus. Gefällt euch das? Gefällt euch das? Huh? Schlipp. Schlipp. Ja. Ja. In This is music!!!! Bis zum nächsten Mal.